Wie fändest du das, wenn nach Dänemark ein Tunnel gegraben werden soll? Grenzwertig. Und wieso? Naja, weil ich nicht weiß, ob das wirklich Sinn macht, wo seit Jahren die Schiffe fahren und der Verkehr läuft. Wozu also noch ein Tunnel? Das wäre natürlich für die Einheimischen und für die Touristen hierher kommen nicht so schön. Im Prinzip geht es auch so, oder? Mit den Plänen. Und was ist mit den ganzen Leuten, die auf der Fähre arbeiten? Es gibt, glaube ich, nettere Projekte, die man da finanzieren kann in Schleswig-Holstein. Nicht so gut, weil das ganze Flair hier auch sicherlich zuschübert wird. Ansonsten, ich finde es halt schade für die Natur und die Umgebung. Das gehört sich einfach an, die Natur möchte keinen Tunnel daheim. Das finde ich doof, weil die Ostsee trüb wird. Ich finde es sinnlos, es gibt die Brücke und es gibt eine Fähre nach Dänemark. Also die Insel ist gut angebunden, wozu. Also bis jetzt komme ich auch ganz cool nach Dänemark. Auch ohne Tunnel. Ich persönlich würde nicht mehr herkommen, wenn hier überall braunes Wasser ist. Im Grunde, mir gefällt es auch gut mit der Fähre nach Dänemark zu fahren. Ich bräuchte keinen Tunnel. Wir sind ja erstmal gegen, weil ja viele Fakten einfach dafür sprechen, dass man das unterlässt. Und ja, wir sind ja hier Tourismus auch engagiert. Wir haben hier Bootvermietung und ausmögliche und freuen uns, wenn das nicht kommt. Ich finde das nicht gut, weil die Ostsee so bleiben, wie sie ist.